Ja, wieso jetzt so wieder reichst du? Ja, du musst schnell mal essen, Schmidli! Wassermassen! Ess weiter! Schöpfe! Essen! Schöpfe! Essen! Schöpfe! Das darfst du doch nicht! Das darfst du doch nicht! Essen! Schöpfe! Essen! Schöpfe! 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 Die zwei gleichen da ist aber ein wenig, he? Das sind ihr! Ihr habt zum zehnten Mal den Führalarm ausgelöst! Das Dutzend ist voll! Schöpfe! Schöpfe! Da fehlen mir zwei! Schöpfe! Schöpfe! Zur Strafe lütt ihr mit der Zeitmaschine in die alte schlechte Zeit zurück! Schöpfe! Äh... Was sagt sie? Wir haben einen Reis gewonnen! Wir haben einen Reis gewonnen! Mein Schweiss ist unten! Nein! Wir haben einen Reis gewonnen! Was? Komm, blass mir doch in die Schuhe! Es ist noch eine heisse Kiste, Herr Schmidli! Was? Es ist noch eine heisse Kiste! Was? Es ist noch ein Hei! Ja, komm doch! Hey! Wie funktioniert jetzt da die Zeitmaschine? Sehst du noch den Hilma liegen? Aha, ja! Und jetzt? Und jetzt den Startknopf drücken! Schöpfe! Und jetzt den Schub geben! Ja, gut! Also! Schöpfe! 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 Helvetik-Tours präsentiert eine Zeitreise mit den Schmerenskis. Visionen in Zusammenarbeit mit Minilos. Hey Schmidi, Zeitlauf-Tretout. Das funktioniert mit dieser Zeitmaschine. Hey, wir fliegen in die Vergangenheit. Ich kräme mich doch nicht so an. So verstehst du wieder gut? Ja sicher. Ja und du siehst auf einmal jünger aus. Heute ist aber super. Und ohne Sterne, da sehe ich ganz deutlich einen Halbschuh. Das ist kein Halbschuh, Schmidi, das ist ein Stiefel. Das ist Italien. Dann gehen wir jetzt gerade runter. Jetzt muss ich hier das Datum eingehen. Achtung auf die beiden. Was ist das denn? 21. September, 2000. Hey, schau mal die Leute da, die sehen ja aus wie früher. Ja das ist früher, Schmidi. Du, ich glaube dann müssen wir ein bisschen hoch nehmen. Es gibt leichte Turbulenzen. Du, ich glaube dann müssen wir ein bisschen hoch nehmen. Oh! 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 Hey, hey! Hey, geht euch das Pai, eh? Ha! Oh!